In der heutigen XXL-News-Folge geht es um. Renault protestiert erneut gegen Racing Point, zwei positive Covid-19-Fälle gemeldet, Ferrari-Motor wegen technischen Direktiven schwächer, Homologationsschlupfloch wird 2021, neueste News zu Vettel und Red Bull, so beschädigt war Verstappens Bolide, warum weißer Rauch beim Mercedes-Motoren? Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Nach dem Ungarn-Gampri kam das, was alle vermuteten. Ein erneuter Protest von den Franzosen gegenüber den Pinken, und zwar aus dem exakt gleichen Grund wie in Spielberg. Aber das war schon vor dem Rennen klar. Ein Ergebnis ist in etwa zwei bis drei Wochen beim Rennen in Großbritannien zu erwarten. Wer keine Ahnung hat, worum es überhaupt geht, schaut mal oben rechts. Viele sind allerdings überrascht, dass Renault nur gegen die Bremsschächte protestiert. Die Chancen, dass Renault als Sieger aus dem Protest herausgeht, stehen allerdings gut. Der Geschäftsführer des Renault-Teams und ehemaliger Vier-Regelhüter Marcin Budkowski ist der Meinung, dass man Racing Point nachweisen kann, nicht nur vom Mercedes kopiert zu haben, sondern auch, dass es zum Austausch von Daten und Zeichnungen kam. Racing Point hatte Zugriff auf einzelne Teile und vielleicht sogar auf ein komplettes Auto. Laut Paddock soll es folgende Gerüchte geben. Racing Point hatte Zugriff auf ein komplettes Mercedes-Auto oder Whistleblower, die für die Pinken gearbeitet haben, sind jetzt bei Renault. Racing Point ist jedenfalls 100% davon überzeugt, dass alles legal sei, denn die Vier war ja bereits im März in deren Werk und hat sich den Design- und Entwicklungsprozess genau angeschaut. Das müssen Sie den Kommissaren jetzt noch einmal zeigen. Nikolas Tombasis, technischer Delegierte der Vier, gab am Freitag zu, dass sie in Silverstone nichts Verdächtiges gefunden haben, allerdings haben sie sich den Gegenstand des Renault-Protestes nicht genau angesehen. Es geht um die Geometrien der inneren Teile des Bremsschachtes, die man auf Fotos nicht sieht. Der Bremsschacht hat viel mit der Performance zu tun und nicht nur zur Kühlung der Bremsen, sondern auch mit den Reifentemperaturen. In der Formel 1 ist es normal, wenn man kopiert, das gab es ja auch schon früher. Wenn man aber Zeichnungen erhalten hat oder sie 1 zu 1 nachgebaut hat oder sie Strömungslaufpläne bekommen haben, dann sieht das schon ganz anders aus. Jedes Team hat Fotografen, die alles abfotografieren und dann haben sie schon einmal eine dreidimensionale Zeichnung von dem Konkurrenten angefertigt. Es gibt aber auch andere Philosophien, die die Vier jetzt herausfinden möchte. Konfiszierung von RacingPoints Bremsschächten, 8 an der Zahl, aber da alle gleich waren, gaben sie 6 wieder zurück. Jeweils ein Teil von der Vorder- und Hinterachse wurden für die Untersuchung beschlagnahmt. Die Vier bat RacingPoint und Mercedes um die CAD-Daten der Komponenten für einen detaillierten Vergleich und zur anschließenden Analyse. Die Bremsschächte galten im Vorjahr nicht als Listed Part, was bedeutet, dass Mercedes legal an RacingPoint verkaufte. Das geht aber 2020 nicht mehr, weil es jetzt ein Listed Part ist. Mercedes steht dabei aber nicht im Fokus der Ermittlungen. Sollte die Vier aber herausfinden, dass sie 2020 Infos über die Bremsschächte weitergegeben haben, haben sie eine Mitschuld. Hinweise gibt es derzeit aber nicht. Zwischen dem Freitag in Spielberg und dem Donnerstag in Budapest wurden weitere 4.997 Tests an Fahrern, Teams und Personal durchgeführt, von denen zwei positiv waren, aber nicht in Österreich waren. Sie wurden rechtzeitig isoliert und es wurde bereits eine Kontaktrückverfolgung erfolgreich in die Wege geleitet und abgeschlossen. Weitere Testergebnisse werden in dieser Woche veröffentlicht. Dass Ferrari mittlerweile um Q3 kämpft, wissen wir alle. Teamchef Matthias Binotto erklärte, dass der Motor wegen den Regeln umgebaut werden musste und das erkläre auch die derzeitige Performance. Wegen der Konkurrenz, in dem Fall Red Bull, hat die FIA die Regeln der Power Unit weiter verschärft. Es ist nicht erlaubt, den Benzindurchflusswert von 100 Kilogramm pro Stunde zu überbieten, der ab 10.000 Umdrehungen pro Minute anliegen darf. Man munkelte, dass Ferrari mit unterschiedlichen Tricks diesen Wert umging. Nach dem USA Grand Prix 2019 verschickte die FIA technische Direktiven an die Teams. Konkret geht es darum, nicht die Abtastrate der Benzindurchflusssensoren zu nutzen und mehr Benzin mittels Frequenz einzuspritzen. Elastische Schläuche wurden ebenfalls verboten, da sich das Benzin hinter der Messstelle sammeln könnte. Seit dieser Saison gibt es einen zweiten Fuel Flow Meter, der am Motor installiert ist und der FIA gehört. Die Teams können aber nicht in die Daten hinein sehen und auch das Hinzuführen von Öl in den Brennraum ist nicht mehr erlaubt. Am letzten Tag der Testfahrten kam die FIA zum Abschluss des Ferrari Motors von 2019 und erzielte eine Einigung mit dem Team, die sich aber gegen eine Veröffentlichung von Details wehrt. Die Teams sind besorgt, dass es ein Schlupfloch im neuen Entwicklungssystem der Formel 1 für die nächste Saison gibt. Dieses besagt, dass AlphaTauri und Racing Point Gratis-Updates bekommen würden. Die Formel 1 hat die neuen Regeln auf 2022 verschoben, also wird 2021 ein Übergangsjahr. Der größte Teil des 2020er-Boliden wird für 2021 komplett eingefroren und die Teams werden zwei Token bekommen, um zwei kleine Schwächen des 2020er-Autos auszuwählen oder nur eine Schwäche, welches für zwei Token zählt. Diese Bereiche dürfen nur 2021 entwickelt werden, der Rest bleibt so. Das Reglement besagt, dass ein Team, das die 2019er-Teile eines anderen Teams verwendet und sie durch die 2020er-Spezifikation ersetzen möchte, dafür keine Token ausgeben muss. Das bedeutet, dass AlphaTauri, das derzeit viele der 2019er-Teile von Red Bull besitzt, diese 2021 auf die Spezifikation 2020 aufrüsten kann, ohne Token auszugeben. Das gleiche gilt für Racing Point mit Teilen von Mercedes. Das Problem ist, dass es für eine Systemänderung zu spät sein könnte, da die Teams die Gebiete, in denen sie diese zwei Token im Jahr 2021 ausgeben werden, bereits diesen Mittwoch einrechnen müssen. Neu ist das Gerücht rund um Vettel und Red Bull. Dietrich Matteschitz möchte ihn zurückhaben und hat Helmut Marko grünes Licht gegeben, Verhandlungen für 2021 zu starten. Quelle ist Sky Sport Italien, die meistens eine zuverlässige Quelle sind. Bei der Fahrtrichtung Startaufstellung rutschte Max Verstappen in Kurve 12 in die Barrieren und demolierte seinen Boliden. Doch er hatte Glück im Unglück. Als er in seiner Startbox war, wechselten die Mechaniker seinen Frontflügel, die Lenkstange als auch die Schubstrebe. Nun mal so zum Vergleich. Für die Arbeiten haben sie etwa 20 Minuten gebraucht, aber normalerweise braucht man für so etwas anderthalb Stunden. Hätte der Querlenker ebenfalls Schaden abbekommen, wäre es nicht zu einem Start des Niederländers gekommen. Noch kurioser ist Folgendes. Die Mechaniker waren 25 Sekunden vor Ablauf der Zeit mit der Reparatur fertig, denn dann hätten sie das Grid räumen müssen. Doch Verstappen fuhr im Rennen von der 7 auf die 2 und meldete bereits nach dem Start, dass alles okay ist. In Spanien ist es zuerst aufgetreten und in Österreich wieder. Der weiße Rauch aus dem Heck eines Mercedes-Motors. Teamchef Toto Wolf erklärte, dass man das erkennt, wenn die Öltanks am Anfang zu voll sind. Sie scheinen dort ein Problem zu haben, das Öl aus deren Chassis tritt. Was die genaue Ursache dafür ist, weiß man nicht, man könnte bisher nur raten. Ihre Theorie sei, dass sie vermuten, dass der Öltank ganz voll ist, sie aber nicht im Griff haben, wie viel am Anfang ausläuft. Es sei kein Zuverlässigkeitsthema. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde, dass Renault hiermit übertreibt. Sie haben bereits offiziell Protest angemeldet und das Ganze machen sie nochmal? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich sein muss, aber meine Meinung bleibt wie letzte Woche auch. Das Ergebnis des Protestes ist entscheidend und wenn Racing Point wirklich verliert, kann ich mir vorstellen, dass sie alle Punkte verlieren. Ich war überrascht, dass es Infizierte gab, aber dort wurde dementsprechend schnell reagiert. Hoffen wir mal, dass es die einzigen Infizierten waren. Ferraris Motor von 2019 war illegal. Punkt. Sie haben Tricks angewandt, sind aufgefallen und fahren nun dem Feld hinterher. Ich als Supporter hoffe, dass die Formkurve sehr bald wieder nach oben zeigt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Vettel zu Red Bull zurückkehrt, gerade was Matteschitz angeht und auch die Quellen sieht er nicht irgendwelche Unbekannte, sondern lagen in der Vergangenheit schon auf richtig. Es hat mich gefreut, dass Max nach seinem Crash doch noch am Rennen teilnehmen konnte und am Ende sogar noch Zweiter geworden ist. Mir ist der Weiße Rauch auch schon aufgefallen und ich habe schon ein Kommentar bei Motorsport Total gelesen, wo jemand meinte, dass der Motor illegal wäre oder Mercedes da betrügen würde. Jedenfalls kann das mit dem Öl stimmen, was Toto Wolf gesagt hat. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Fatan Aitan. Er schreibt zum Thema Höckenberg, hoffentlich schmeißen die Grosjean aus dem Haas-Team raus und ersetzen ihn durch Hulk. Der Typ ist einfach unfähig. Er stofft sein Auto während einer Safety-Car-Phase in die Mauer oder zerstört sein Auto vor dem Start des Rennens und ist der einzige Fahrer, der es schafft, sich an der Boxenausfahrt zu drehen. Das ist kein Formel-1-Fahrer, sondern einfach nur peinlich. Man muss sagen, ja, Grosjean hat schon einige krumme Dinge hinbekommen, aber man darf auch nicht vergessen, er ist in der Vergangenheit auch schon aufs Podium gefahren. Ich würde ihn jedenfalls nicht als peinlich abstempeln, sondern jemand, der hin und wieder mal Pech hat. Aber zu dem Kommentar mit Höckenberg und Haas, ja, da hast du meinen Segen. Er hat ja gesagt, er arbeitet an einem Comeback und Haas kann ich mir gut für ihn vorstellen. Hoffen wir mal, dass er dort ein Cockpit bekommt oder vielleicht auch in einem anderen Team. Er ist echt sympathisch und seine Leistungen waren in der Vergangenheit immer wieder ordentlich. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.